Der Junge hat Toplane geprepickt. Auf welchem Abenteuer warst du denn? Na, ah, Ultimate 12, okay. Ei, 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 au. Das machen wir jetzt wieder gut hier. Grüße. Hallo? Grüße. Die Pro-Spieler haben dich runtergerannt, lese ich hier gerade? Ja, schau, meine Match-History. Ich habe zweimal verloren, einmal mit und einmal gegen die. Nicht im Ernst, welche Games? Mein Oriana-Game war mit und mein Syndra-Game war gegen. Ja, und wie ist deine Qualifizierungsmethode, dass das wirklich Peanut war? Loil-Pros, oder? Das ist auf Tracking the Pros, ja. Und das ist halt auch, guck mal, schau mal auf den Account-Level. Level 31, 10 Games erst oder sowas. Eine krasse Win-Rate, das ist halt alles sehr, also auch auf Tracking the Pros steht das da halt und sowas. Crazy. Ja, ich habe nur ein paar Clips. Aber die hätten auch mal mit mir im Team gewinnen können. Ja, wirklich. Dann wurde ich drei Games von demselben Mid-Lander gestreamt, der gute Assassins drauf hat, der mich komplett countert. Das habe ich auch so sauer gemacht, Digga. Aber du hast gesagt, du bist jetzt drin. Also no more sauer, du hast Spaß, richtig? Ich habe richtig Spaß. Okay, gut. Also ich war trotzdem sauer gestern. Okay, aber heute sind wir nicht sauer. Nucke. 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 Also ich bin auch, also er ist jetzt Diamond 1, ich war noch nie Diamond 1. Aber trotzdem ist dieses Gefühl, es ist so erleichternd, weißt du? Es zeigt einem die Menschlichkeit. Oder auch so, dass ich in einen No-Way-Stream gehe und er halt auch an einem Tag so 4-3 geht statt 6-0. Also gerade ist, also das, was ich gelesen habe, und das hatte ich nicht selbst erkannt, aber das ergibt irgendwie Sinn, dass das jemand gesagt hat, die Tatsache, dass alle Items teurer und unwichtiger gemacht haben, macht die individuelle Leistung weniger wert. Und es ist quasi leichter zu gewinnen. Es ist leichter, nee, warte, Moment. Scheiße. Wenn jemand in deinem Team halt 0-10 geht, ist das schwieriger, den zu tragen, weil du mit den Gold-Difference quasi zu großen Unterschied hast dadurch. Hey, du kannst halt nicht mehr so easy solo-carrying einfach. Genau, weil es einfach alles so teuer ist, dass du selbst auch extrem gefeedet sein musst und mit einem moderaten Team, wo einer halt komplett behind fällt, aber einem Gegner-Team extrem feedet, das wohl jetzt irgendwie mehr Auswirkungen hat. I don't know. Imagine, du bist der beste Jungle, der Solo-Führer der Feld und bist dir. Ja, ich mag Little Tempo-Gin nicht so wie damals. Was jetzt? Ich spiel wieder Hell of Bladesy. Hell of Bladesy ist perfectly fine wahrscheinlich. Also, kannst alles spawnen, was man letzten Patch gebaut hat, außer Highbreaker. Warwick top, Camille Poppy will ich eigentlich nicht. Oder will ich das? Nee, honestly, ich match den Warwick, glaube ich, einfach. Ich habe gestern noch um 3 Uhr nachts eine Runde Weiger gespielt. Wir haben 5 gegen 5 hier Level 1 gefightet und ich hatte nach dem ersten Fight 2 Kills, 3 Sits und 40 Stacks. Das war so eine geile Runde. Noch nie hat mir so viel Spaß gemacht wie gestern um 3 Uhr nachts. Ja, Warwick könnte jetzt langsam unten sein. Was macht der denn? Der hat Bot-Zeit gestartet? Why would he... Nee, der hat Double-Buff. Hä? Oh, der will mich jetzt entwäden, der denkt, ich bin topside. Warte mal, was ist das für ein komischer Clear? Why would you do that? Obwohl das Warwick ist, kannst du machen. Er ist immer noch Level 3. Oh mein Gott, ich wollte... Ich habe Legend gerade 3 Damage bekommen, einfach nur, weil ich seine Krabbe klauen wollte. Wo man mich das eine Camp hier abgreifen darf, was er liegen gelassen hat. Das war sehr obvious, Camille. Was hat er denn liegen gelassen? Wölfe? Nichts liegen gelassen. Er hat nur Blue-Buff gemacht. Ist das komisch. Ich habe dein Shirt an, stimmt. Ich wollte noch Story machen eigentlich. Oha, zahlst du keine Steuer? Ich kam gestern an. Ich zahl keine Steuer. Meine Mutter hat das... Meine Mutter hat das Waschbär-Shirt gesehen. Sie hatte Angst. Also, wir haben Waschbären hier am Dach. Ach so. Und da war sie so ein bisschen so... Nein. Jetzt riechen die, meinst du? Area gehört nicht auf ADCs. So ist es. Man kann Auto-Attack resetten mit der W. Ja, das ist so ziemlich der einzige Nutzen von dieser Fähigkeit. Wenn man nicht gerade auf was wartet. Ja. Warwick macht Kröte. Das heißt, kein Early Drake Rush. So lobe ich mir das. Geile Sache. Boah, ich liebe solche TP-Powerplays, ne? So was checkt man da einfach nicht als Ding. Und das macht er jetzt... Das nimmt jetzt auch das Mental von dem Hawaii bisschen durch. Und vor allem von dem Team willst du jetzt sagen, äh, mit nur help. Oh, wie er denkt, er darf noch. Ich würde sehr gerne die Minions nehmen, nachdem ich Botland-TP bin, um zu roamen. Lol, Warwick schütte den nochmal. Na! Oh, oh mein Gott. Den Kaiser Damage habe ich gar nicht gerafft. Wie schlecht von mir. Okay, Jin. Den kriegst du noch, oder? Schön. Oh, den kriegt er auch noch. Wait. Der hat nix. Der hat alles CD. Nice. Barrier gehört auf ADCs. Pro-Barrier-Propaganda? Verbrennt ihn! Das Gegenteil regt sich jetzt eh auf, weil Warwick gerade 1-2-1 getötet hat, Bot, und jetzt Grubs verloren hat. Ich lerne gerade Objectives zu priorisieren. Das fällt mir jetzt schwer, gerade plötzlich, äh, zu variieren. Ich muss auch lernen, Jungle Camp stehen zu lassen für Kills. Das fällt mir auch schwer. Er macht gerade Crux hier unten. Da gehe ich contesten. Hm, oder auch nicht, wenn Hawaii kommt. Hm. Ich bin am, ich bin am Pushen. Ja, die wollen hier wahrscheinlich... Bleiberei machen dürfen sie gerne. Kriegen mich... Oh mein Gott. Alle sind hier. Igi, jetzt macht der Hawaii Schaden, hä? Aber jetzt muss er Top-Lane sein. Ob ich schon wieder Bot-Lane, das kann nicht sein. Och, Lukas. Mann, der denkt so viel nach. Ich hasse es. Hier haben wir gerade noch Top. Wir könnten maybe Drake starten sogar. Ja, sollten wir auch. Hawaii-Bit hier, aber... Ich bleib mal hier. Ach, Bot-Lane, nein. Ich hab gleich noch so cool. Ich hab leider nix. Ja, und der Bot-Lane ist jetzt reingert, nachdem wir da unten abgeschlossen hatten. Äh, hier ist bei mir der Hund. Ja. Ich dachte, Camus ist nicht. Ich bin hier leider einfach todfürchtig. Ach du Scheiße. Okay, die haben jetzt kein Drake gemacht, sondern sind hochgemoved. Deren Movement ist so komisch. Die rotieren wirklich, wirklich seltsam. Ach, wow, wie keine Spur auf mir. Wenn der erstmal abfällt, der Wolf. Wenn der erstmal ins Late-Gang kommt, wo er nix mehr darf, wird er das so bereuen, was er hier alles macht. Er wird ihm das Maul mit seinem fauligen Fleischstopf, das er hier frisst. Boah, machst du einen Schaden. I don't know, also wirklich, der Bruder will, ich bin da acht Jahre schon drin und ich seh den Brandon nichts machen. Das ist so verrückt. Mann, das ist so crazy, Mann. Er typt lieber. Fünf Sekunden bis Flash. Okay, er ist tot. Heieiei, war das noch viel Schaden. Hätte der einmal von seiner Tastatur losgelassen, wäre ich da nicht gestorben. Wir hätten zwei Flügelkills gehabt. Alles in allem haben wir die Kills bekommen und solange das Spiel weitergeht, sind wir fein, glaube ich. Aber trotzdem ist das ein Shutdown für die gewesen. Wichtig ist mir sogar recht, dass sie die Drakes jetzt so lange delayen. Hallo, Pantheon. Junge, oh Mann, Alter. Dürfen die mich durchzitzen, ist das hässlich. Wird niemals passieren, so wie jetzt gerade zum Beispiel an dem... Oh mein Gott, ist das ein Widerlicher Champion. Wieso hat er... Wieso nutzt er den... Wieso nutzt er den Vier nicht? Er denkt so viel nach. Ich hasse das. Das machen Robbix-Spieler sonst nicht. Okay. Schöne Sache, Gami. Genauso wollen wir das. Da kommt jetzt der Gigant auf der Top-Lane. Bam. Die kriegt ja nochmal zwei. Bruder, bitte! Hat's ja jetzt... Hat jetzt nicht aufgehört mitzumachen, oder? Hat sich von Anfang an schon geoutet als instabil. Alles gut. Da ist nichts zu retten. Mann, das ist so verrückt. Er rennt vom Herald weg. Nur damit er nichts da vorne macht. Nicht mit der beste Spiel aller Zeiten. Ach so, das war ein gutes Wein. Und es wird Botte-Peter, sie macht einen Out-Attack. Oh Mann. Das ist nicht echt. Hm, die macht weiter. Ich darf, ich kann nicht verhalten. Ich muss weg. Ja, Jhin hat das, sag ich. Voll ich. Jhin und Camille sind unsere Retter jetzt. Du machst halt außergewöhnlich wenig Schaden. Ja, das stimmt wohl. Ich bin leider tot hier, fürchte ich. Komm mal. Mein Blade rettet mich nicht. Oh, ich lebe. Get fucked. Ich glaube, dass ich mit meinem Blade da mehr machen soll. Ich hasse es, dass die Bot denn die ganze Zeit an meinem Arsch klebt. Was wollt ihr denn bei mir? Bleibt doch Mitte. Macht doch da Pressure. Ich weiß nicht, also wenn die Camille halt einfach irgendjemanden da rausultet, ist er tot. Aber sie macht das nicht. Ah, lass Drache rotieren. Aber jetzt wird einfach zu zweit gefightet, I guess. Ach nee, das ist nicht der. Weil, warum nicht? Das war wahrscheinlich Brands Idee, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Ich bin die ganze Zeit da. Wir können so easy fighten. Kein Engage passiert. Ja. Weiß ich, also was erhofft sich, Kimmel, dass sie da noch steht. Nee. Oh, warum geht die denn da rein? Wir haben Zero Vision. Das spüre ich gar nicht. Ja, das ist ja schon wieder. Lass lieber pushen einfach. Deutlich bessere Idee. Wolf Top. Ach, du Kacke. Ich krieg da doch nen Turmschuss ab. Ach, Mann. Das ist halt auch am Lucky gewinnen, dass er direkt da den fucking Sonjas hatte, Mann. Okay, den Warwick darf ich gar nicht mehr angreifen. Dann geh ich einfach full on auf Hawaii und Kaiser. Hawaii hat der Sonjas, ne? Ach, der hat schon fertig. Ich bin's Popi. Brand ist wirklich... Brand ist absolut... Das ist verrückt. Oh, boy. Kaiser facecheckt auch nochmal nen leeren Busch. Irgendwie du machst so einen Shady-Match in einem normalen Fight. Wenn wir halt einen Fight haben, wo ich zwei, drei Leute in meine Fool-Comp reindrücken kann. Ja. Oh, fuck. Sorry, jetzt hab ich dich allein gelassen. Nee, aber Bruder, es war auch my bad. Ich dachte nicht, dass die... Bis heute verstehe ich Kaiser nicht. Ach, du Kacke, ist das ein langer Stun. Also ich verstehe Kaiser, aber trotzdem verstehe ich Kaiser nicht. Ja, die hat uns dann getroffen. Let's go. Und der killt da trotzdem absolut gar nichts. Oh, weißt du, wir moveen gerade actually sehr gut Baron, immerhin. Oh, das ist gut. Das ist super gut. Hä? Dragon 40. Weiß nicht. Ich glaub, ich soll den kriegen. Ich move hin. Ich hab keinen TP. Okay, die haben Zero Vision hier. Grab wir jetzt eben auch hochgegangen. Hier sind wir. Wenn wir jetzt halt hier nicht den Busch... Ich bin gleich da. Bitte nicht vorhin klein. Dankeschön. Oh, I hate this. Aber Camille hat einen geilen Flank eventuell. Sie farmt aber lieber. Ich check die Ult nicht ganz. Lass dich nicht ulten. Ne. Nur die ist auch am Facechecken. Das juckt sie nicht. Ist das verrückt. Okay, wir haben actually gesund bekommen. Ich glaub das nicht. Wir müssen noch Hawaii töten irgendwie. Oh, der hat Ult gemisst. Ich hab Kaiser. Nice. Wir haben hier eine Person verloren, aber noch leben wir. Hawaii hat noch Sonjas, aber keine Ult. Ich push Mitte. Ja, ich werd Drake machen. Geil. Sehr, sehr gut. Okay, wow. Okay, ich darf einfach... Wir haben den Fat Legend nur gewonnen, weil wir Kaiser die ganze Zeit gezond haben. Okay, aber gut Job. Ich darf nicht mitfighten einfach. Ich bin einfach zuschauen, dann gewinnen wir. Geil. Ich bin der Mental Buff für die Gegner, wenn ich sterbe. Deswegen, ich darf einfach noch nicht sterben. Mann, dieser kleine Hund, Digga. Ich wusste, dass er zu mir kommt. Der hat seine Ultrange gemisst, Digga. Oh, wait. Ich hab hier schon Rabadons. Meine Damen haben sie kein Objective, dass sie grad wegfarmen können. Warte mal, wie viel Gold brauch ich? Oh. Tschüss. War schön mit euch. Beryn in eine Minute in 40 Sekunden, mein ich. Mhm. Das wäre ein Rund. Kann sein, dass ich komplett reininte. Ich komm mal. Jupp. Ja. Hast du Plans? Scheiße. Nee. Tut mir leid. Ja, ist gut. Ich wollte den, ich, ich, ich. Das war leider komplett der End, wie ich gecallt hab. Na, den kriegen wir nicht. Aber wenn ihr daraus maybe den Wow-Week-Kill bekommen könnt, wäre es sehr fein für mich. Haben wir. Nice. Ach man, zu schnell gestorben doch. Das ist der Fokus, Freunde. Ja, der ist jetzt. Ah, wo der, oh mein. Oh, sie scrooted. Wow. Ey, ich sag no joke, das ist verrückt, das sah aus, das Gutes wurde gerade. Ah, guck mal, haut doch hin. Warte, ich komm hin, ich hab TP. Insanely bah. They're just like insanely bah. Insanely bah. Okay, haben wir mal schon durch jetzt. Grüße. Lecker. Sehr, sehr lecker. Wie lange willst du heute spielen? Weiß ich nicht. Lass mich mal ganz kurz checken, was, was. Eine Runde aussetzen. Okay. Ja, da spiele ich definitiv noch mehr nach. Ich muss gleich noch mit, ich muss jetzt noch mit Charlie raus. Mach das. Au. Ich hab grad den Part of the Sun. Ich bin wieder Emerald 1. Damit hab ich gestern im Stream angefangen und dann bin ich 26 gegangen. Was ist das Leben? Geil. Dann bis gleich. Jo.